ich muss weg klicken also ich muss das hier weg ja oben das x ja ja genau studien ergaben das punkt punkt gut für die gesundheit ist was sollen meine zuschauer bloß von mir denken das ist ja nur ein spiel in wirklichkeit denkt er noch schlimmer flue lässt sich immer so viel zeit er will unbedingt ich will ein paar karten weghauen studien ergaben dass globaler werbung dass sex mit zwei eseln elefanten und giraffen gut für die gesundheit ist gruppensex gut für die gesundheit ist schwierig schwierig zu entscheiden was das ist bestimmt schön knusprig 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 ist heißer käse knusprig ist oder knusprig ist die glitoris 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 kein ich nehme das langweiligste ja der halte kürze louis hat einen punkt was während picassos oftmals übersehenden hört ihr mich noch weil ich höre mich gerade doppelt okay ich habe dich gerade doppelt gehört okay ja es war kurz ein fehler okay ob ich glaube ich während picassos oftmals übersehenden braunen periode schuf er 100 gemälde von wollen wir das nehmen ja okay ja kann man nehmen alter das kann nirgendwo verwenden das ja das kann man dann natürlich das auch nicht das auch nicht aber und als nächstes kommt so eine karte wo man das verwenden könnte ja ne komm wir nehmen das so pablo picasso ein weltberühmter maler der gelebt hat der hat in seiner braunen periode extrem viele bilder von ein brutal auf einen menschen einstechenden weil man ein kranker psychopath ist der sonst computerspiele spielt alles klar aber was auch noch pablo picasso gemalt hat ist batman batman aber was pablo picasso auch noch gemalt hat ist schokolade mit sperma geschmack batman die alternativmedizin die alternativmedizin bezieht sich nun von den heilen kräften von na wer hat heilende kräfte oder war wer oder was hat heilende kräfte hat der wie er lachen hat ich mein was ist nun mit dir los ich weiß es nicht der lacht ja ständig weißt du wer meine videos guckt der denkt sich auch so vor wegen warum hast du das gemacht ja wahrscheinlich das andere ist viel lustiger ja genau das denke ich mir wenn ich mir was kommt mal irgendwas mit mir ne ich glaube das sucht die hast du ne karte ja das sucht die hat karten im immern deck aber ich weiß nicht wann die auch mal kommen wir versuchen so lange zu spielen bis sie kommt wow morgen früh um 6 jetzt endlich so die alternativmedizin bedient sich nun den heilenden kräften von Arschkratzer Arschkratzer die alternativmedizin bedient sich nun den heilenden kräften von Lukas auf jeden fall nicht die alternativmedizin bedient sich nun von den heilenden kräften von Sperma das ist schön das gönne ich Punkt, Punkt, Punkt es ist eine Falle Alter ich hab hier was ganz böses dann spielts das passt aber nicht dazu oh schade aber die kommt auf alle Fälle noch hoffe ich nicht dass bis dahin schon jemand gewonnen hat aber die Wahrscheinlichkeit ist gering ja das ist sehr gering bis jetzt bis jetzt such die doch das ist so das ist so das ist so Nein! Iman, gib mir mal Hilfe! Nein! Verdammt! Iman! Ja, was ist denn jetzt? Teil! Jetzt habe ich eine Superkarte! Nein, das Spiel ist einfach das! Oh Gott, ey! Schon wieder einer aus dem So! Also, ich die Möglichkeit ist ein Dackel mit einer Hände und so oder ist Auefest! Kommt, das war wohl! Wenn du eins von den beiden nicht genommen hast du! Ja! Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich aus meinem aus einem aus einem werde ich aus einem Amoklauf aus einem aus meinem Zylinder holen! Kann man schon mal machen! Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich aus aus einem 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 Ja Passt Guck, ich bin wie der Letzter So, Flui, komm Was werde ich heute noch machen? Hopp, 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 hopp Es passt alles nicht so geil Ja, bei mir ja auch nicht Eine Anmache werde ich heute noch machen Ja, kann man machen Donald Trump werde ich heute noch machen Ja Unangebrachtes Jodeln werde ich heute noch machen Ja Nein Nein, ich, nicht du Was funktioniert immer, um eine Party aufzupappen? Mal gucken, ob das Probinator gefällt Wir werden es sehen Ja Immer ins Busfahrer Das war auf Suchti bezogen Ja Ja, das ist Suchti Im neuen World Trade Center Spritzenteil Alter, das ist auch heftig Ich nehme das Jetzt ist Flui wieder ganz nah dran am Sieg Ja Ich kann entscheiden, was aus meiner geheimen Kraft ist Was ist meine geheime Kraft? Nö Ich muss jetzt Rufus nehmen Ja, von der Theorie her schon Ich habe ja eh nicht mehr die Mülle kaum Ja Ja Gut Also Was ist meine geheime Kraft? Meine geheime Kraft ist Eine Hand Was? Und mit Durchfall So, okay Gut Meine Kraft ist Angegängung Angegängung Die durch eine Worte Alter, was ist das? Bitte, bitte Das ist so genial Ganz genau Nee Das ist wirklich so genial Ja Nein Nein Und ich muss auswählen Ich muss immer noch wählen Ja, du musst immer wählen Oh Gott Oh Gott Sonst hast du keine Chance zu gewinnen Was lässt dich So richtig Feucht werden So was lässt Also ich So Oh Gott Immerhin stehen mir bei Du musst was geiles auswählen Ja, du Heute ist nicht der Tag Des guten Auswählens So Könnte das mein zweiter Sieg werden Oder wird das Rufus erst? Ja So, was lässt mich so richtig feucht werden? Unterdrückung Ja Ja Aber was mich besonders feucht macht Ist Was? Die zerstörte Hoffnung Nach Jahren einer wunderschönen Freundin Alter 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 Der ist immer zu Ende Der ist schon komplett vor Ey Ey Das ist Die zerstörte Hoffnung Nach Jahren eine wunderschöne Freundin zu haben zu können Sie aber mit deinen besten Freunden zusammenkommen Boah Wer das gemacht hat Der kriegt Prügel Ein Paar wird Der mit Einem Gummipenis Anus kratzt Ey Ja Komm Immer Robbinator Ich hab das in der Mitte genommen Welcher Command ist am lustigsten? Also bei mir im Chat Du musst jetzt immer einen nehmen, ne? Ansonsten hat irgendeiner von uns beiden Ich weiß Und wenn ich immer einen nehme Kann Robbinator nicht mehr unseren Äh Kann Robbinator Das heißt entweder jetzt Robbinator oder gar nicht Oder ich Also wähl Also wähl bitte Präzise Naja Wenn Wenn ich immer einen wähle Dann kann Robbinator nicht mehr gewinnen Und wenn ich dich wähle auch nicht Deswegen muss ich immer Äh Muss ich Robbinator wählen Das ist seine einzige Chance zu gewinnen Ja Okay Auf Na ja stimmt Weil er ja als nächstes dran ist Stimmt Ja und Und dadurch Äh Haben alle vier Ja Das ist dementsprechend jetzt interessant Das ist interessant Das ist jetzt richtig interessant Jeder muss eigentlich voll aufs Ganze gehen hier Ja Ja Welcher Command ist am lustigsten? Die verbotene Frucht Uuuuh Welcher Command ist am lustigsten? Pikachu Uuuuh Welcher Command ist am lustigsten? Robbinators Kommentare Uuuuh Uuuuh Aber Uff Uuuuh Alter Alle vier vier Ja du bist im Sieger Ja Ja du bist im Sieger Wie riechen alte Leute? Eukerges Mann Ja Bitte Wenn ich Flui wehe Hat er ja jetzt zweimal hintereinander gewinnt Hm Okay Wie riechen alte Leute? Vergass dich Uuuuh 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 Einbenutztes Uuuuh 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 Hast du jetzt wirklich Ene Wienemuh gemacht? Ja weil ich alles gut fand Mann Und weiter geht's Louis So Punkt 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 Dafür gibt's eine App Ne ich muss das Finde finde ich gut Aha Ich hab die beste Karte bei mir Im Deck Oho Joker Karte und so Ja Ja Mal wählen Ja Vielleicht wähle ich sie auch gleich Ich hab auch eine geheime Karte Mhm Eine Blendgranate in einem Helm Für In einem Heim Achso in einem Heim für eine leptische Äptileptische Kinder zünden Alter Ich lese auch wo eine Blend Okay Sessuchti Sessuchti Dafür gibt's eine App Oder? Total Krieg Nein Wir nehmen Sessuchti Ja Nein Das war direkt mein Joker Das war der Sandkarte Das ist Da ist die Karte Was? So So das Das hat Meine Mutter Das hat meine Mutter Früher immer Zu mir gesagt Was? Hoffentlich ist Hoffentlich wird das Hoffentlich will das Du Geht Überzeihung Ich hab schon wieder was Aus dem besten Deck der Welt Danke Rufus Das hat Meine Mutter Immer früher zu mir gesagt Moralsex Nicht erwidern Das hat meine Mutter Auch früher immer zu mir gesagt Der beste FIFA-Spieler In aller Zeit Das ist von Rufus Das hat meine Mutter Immer früher zu mir gesagt Stefan Raps Woden Im Vorhang Zu fangen Verfangen Ich nehme das hier Nein Übrigens Das war sie immer entdeckt Ja ich weiß Das hab ich da reingeschrieben Ja So Mit Kindern getestet Von Müttern Freigegeben Was Alter Leute Oder nehme ich das Das ist alles Das Treibers ist hier gut Ne komm Das ist aber auch geil Ne ich nehme das Oder Ne Doch nicht Dann das Der Rufus So Seine Eltern haben Sex erwischt Und danach mitmachen Mit Kindern getestet Von Müttern freigegeben Alter Mohnspritzen Von Kindern getestet Ein feuchter Traum Das erste hat mich direkt gekriegt Ja Das hat gepasst Ja Warum hast du ne Maske auf Warum hast du denn ne Maske auf Immer Oder Flüge Oder Rufus Hat Imran schon Nein Imran hat noch nicht Und Flüge Ich meine funktioniert's Ja jetzt funktioniert's Jetzt sehe ich das auch endlich Und Flüge ist afkar Ich bin auch da Der ist noch da Flüge ist da Na gut Warum hast du ne Maske auf Weil Rufus Video so schlecht Der Arme klauf in Winden Winden Um deine Wichtersicht Schauen zu wissen Alter Vater Nein Blumier Nein Nein Was ist eine Antidroge Ne Dann nehme ich das Interessanterweise immer Das was ich selber schreibe Eine Antidroge Zwölf Jungfrauen 72 Kann man machen Muss man nicht Sand Genau Antidroge Sand Und Scheiße Oh je Was ist denn Mein bester Ganz ehrlich Nehmen wir das Nein Warum kriegt Rufus Du hast aber die Geilen Karten aus dem Mund Ich auch viele Karten wegwerfe Und dadurch kommen Neue nach Mit Gewinnt man Jedes Spiel in FIFA Oh Gott Wer ist dran Flüge ist dran Ja Deswegen habe ich ja Gerade vorgelesen So Freund Jetzt erfahrt ihr Mein Geheimnis Warum ich Manchmal in FIFA So guten Tag habe Und deswegen Gewinne ich immer In FIFA Und zwar Der Grund Liegt an Rufus Jawoll Nein 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 Einfach Nein Der Grund Warum ich in FIFA Immer gewinne ist Witze Alter Der Grund Warum ich in FIFA Jedes Mal gewinne ist Ich liebe den Geruch von Ich glaube das haben wir schon Ich glaube das haben wir schon Oder nicht Nö Das kommt mir gerade nicht so Freut mich Okay Freut mich Okay Hufus ne Muss ich mal mal überlegen Was der so Das So ich liebe den Geruch von Toten Nickern in einer Ecke am Morgen Ich liebe den Geruch von Geraspelten Eichelkäse Ich liebe den Geruch von Genial Flui Die Videos von Punkt 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 Ich schreibe jetzt nicht extra was hin Ich nehme eine Karte, die ich habe Aber die ist nicht aus dem Immer-Deck, glaube ich Oh, Mann Immer, nein Die Videos von Gottes Jawohl Von Pädophilen Immer und schon drei, das gibt es ja gar nicht Die letzten Male lage ich immer hinten Nach dem Erdbeben Brachte Frank-Walter Steinmeier Den H-I-Tianern H-I-Tianer Was brachte er denen denn? Oh, mir würde so viel einfallen Ich wusste auch, was zu meinem meisten gefallen würde Wenn das kommt, dann nehme ich das Du musst erst mal bis zum Ende alle durchlesen Natürlich Natürlich Also Er brachte ihnen Zehnjährige Minecraft-Kiddies Ja Er brachte ihnen Okay, ja Ja Oder er brachte ihnen Ein Zu Ja Ja Das Wie beim letzten Mal einfach Wie ist noch los So Beim Sex mag ich es am liebsten zu denken über Weg Worüber ich mir auch noch Gedanken mache ist Deutsche Welche Deutsche als Nazis Das ist schon gut Das ist schon gut So Am Rü Ich habe noch gedacht Was Kinder an einer leiden Nee Nee, das ist zu gut Immer kurz vorm Sieg Was ist hier Oh nee, das haben wir schon gehabt Noch weg Also getestet von Kindern Hatten wir ja schon So Vielleicht wurde sie damit geboren Vielleicht ist es Was Na mit was wurde sie geboren Also mit welcher Krankheit wahrscheinlich Damit meinte sie das Vielleicht wurde sie damit geboren Vielleicht ist es Die Titten deiner Freundin Ja Komm mal Vielleicht wurde sie damit geboren Vielleicht Ist es ein Dreier Mit deiner Mutter Und deinem Vater Alter Vielleicht wurde sie damit geboren Vielleicht ist es Eine Erektion Die länger als vier Stunden dauert Nein Nein Das kann nicht sein Ich bin zum ersten Mal Jetzt hat jeder einen Win Jetzt hat jeder einen Win Ich habe jetzt einfach mal deine Taktik genommen Rufus Weißt du Schmeiß die ganzen dämlichen Karten weg Und nimm die schön Ich mache das auch die ganze Zeit schon So Robby Weil es funktioniert immer Das hatten wir doch schon Ja Das hatten wir schon Als der weiße Mann In den Kuchen Zeigte Alter wer Wer bohrt noch Bei uns bohrt hier jemand gerade Freitagabend Alter Halb neu So hört sich bohren an Fluid Ab im größten Saal Ab im kleinsten Zimmer Ja klar Alter Alter Ich kann nichts dafür Komm ich nehme jetzt einfach das Das Leben der Antianer wurde für immer verändert Als Eine merkwürdige Mailbox Darf ich dir das Was the fuck Tod Juden zeigte Alter Ja Ja Schlimm So Ilman Ender Bums Wer ist Ender Alter mach das weg Ja Ich will Pump 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 Bevor ich sterbe Jawoll Jawoll Ich hab da auch so einige Favoriten Ja Jawoll Ich will Eine schöne Eine schöne Große Okay Ich will Alle Kekse von einem Spendenverkauf Essen Schade Dass nicht Wein dabei ist Aber ich nehme das Nein Skandal Absolut Skandal Ja Ja ist denn Ja ist das denn Endlich machen wir keine Sexfragen für mich Wir machen das zu einem Was Ja ist das denn Ein kaputtes Kondom Ja ist das denn Ein Vergewaltiger Verdeidiger Und Vergewaltiger Ja ein Ja ist das denn Was ist die neue Trend Diät Ach ne Trend Diät Ne kommt das Ich glaube der Brot Weil du zu laut lachst Der will jetzt zu dir Um dich zu verprügeln Ja wahrscheinlich Ach je Was ist die neue Trend Diät Die Leute klopfen ja zu Schon mit ihren Hämmern hier Ja die wollen Die wollen Wo die Herkommen Was ist die neue Trend Diät Staubsaugen Staubsaugermasturbation Oh Die neue Trend Diät ist Das Stöhnen einer Nackengeilen Blonden Frau Die neue Trend Diät Alter nein Oh War es nicht wie Die fällt Okay Aber das war nicht schlecht Keine Haare im Anime Ist komplett ohne Alter jetzt Wird mir Die Karte Aus dem Im und Deck gefallen Ja Vielleicht kriegst du die Jetzt gleich Vielleicht Alles klar Das passt zu Anime Was Ja das passt Das passt zu Anime Keine Haaren Kein Haaren Anime Ist komplett ohne Verpixelte Buhkacke Alter Alter Bin ohne Buhkacke Bin ohne Bäcker Ja Nein Der Joker Bin ohne Bäcker Wie habe ich Mir mein Bein Gebrochen Ja Mann ey Bei mir ist immer noch Die Frage Und die anderen Antworten Davor Nicht geöffnet Geht gleich wieder los Bei mir ist es heute Ja auch ganz oft Okay Vielleicht sollte Flui da mal Vielleicht den Host Einmal woanders hin Wechseln Wie kann ich das Bei mir gerade eben Du klickst auf einen Namen Und dann steht da Give Host Ah hier Give Host Wen hast du das gegeben So jetzt Mir Ah gut bei mir Ist immer noch nicht geladen Muss mal Muss ich kurz warten Dass ich irgendwas machen kann Scheiße Das ist böse Was ich genommen habe Ah jetzt geht's Ah sehr schön Womit habe ich mir Mein Bein gebrochen Ja Womit habe ich mir Mein Bein gebrochen Erstmal ein bisschen Was unnötiges Wettwerfen Ja In vielen Decks Ist ein extrem dämliches Dämliches Kram drin Ja manche Sind da nicht Gar nicht mal so schlecht Du denkst eigentlich Na die könntest du Irgendwann Benutzen Aber da kommt Ein geiles Ja Ich habe gewählt Ja der Für die noch Gut So Hier habe ich mir Mein Bein gebrochen Deine Mutter Abgetrennte Körperteile Ja Oder Auf der Beerdigung Des jüdischen Onkels Das Horst Wessel Lied Was ist das denn? Was? Keine Ahnung Ich nehme es Was? Ja Was? Dein Ernst? Dein Ernst? Jawohl Wenn ich Millionär wäre Würde ich einen 50 Meter große Statue In Gedenken Anerrichten Das ist gut Das ist gut Das ist zwei Gute Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht So Wenn ich Millionär Wären würde Würde ich mir eine 50 Meter große Statue In Gedenken An Harabella Recht lassen Wie oft kommt Die Karte Ich würde mir aber Auch noch Eine 50 Große Statue Errichten lassen Von Richterin Barbara Saales Richterin Barbara Saales Okay Aber ich würde mir Auch noch Eine Statue Errichten lassen Von Einen Durchgeschwitzten Arsch Ritze Ritze Ich nehme das hier Ach man Ja Harald Fimmler Ist zu flach Was stinkt hier so Jetzt hätte man Harald Fimmler Leben müssen Ist einfach Oh scheiße Was stinkt hier so Sandro Tonali Was stinkt hier so Russische Nazi Was stinkt hier so Crystal Neff Oh man ey Nein 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 Nee Tonali Stinkt nicht Der war gut Punkt 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 Esse ich Zum Frühstück Wenn jetzt das kommt Was ich da Was ich mir dabei gedacht hatte Was ich da hingeschrieben habe Wenn man deck Wenn der Wenn das jetzt Wenn das jetzt kommt Nein Das wäre ja zu krass Komm Nimm 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 Hashtag Deine Visage Hashtag Drei Frauenvergewaltungen Danach Verspeisen Richtig Also Hashtag Knackbilder von Angela Merkel Stimmt das Jawohl Jawohl Was Warum Ich bin richtig Kevin kam ich auf deine Visage Ich weiß es Ich weiß es auch nicht Lieber zu spät als Ach ja Irgendwas geht bei dir so im Chat ab Nichts 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 Gehen in der Leere Ja und vorher ganz viele Lachsmilies Von Zu sucht die Keiner da in deinem Chat Ja Der spielt ja mit mir Ja Schraub Lieber zu spät als Ja komm Ein Kondom mit Geheimloch Okay Ich bin doch da Ach so Der sucht die ganze Zeit da Ich glaube der lacht Und kann nicht schreiben Der liegt am Boden Der liegt am Boden Der könnte die ganze Zeit mitspielen eigentlich Krebskranke Kinder vergewaltigen Der das Leben Alles klar Lieber zu spät als Ungefähr 10 Kilo frische Spermesperma Das Flüi 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 kann ja jetzt nicht gewinnen Genau Warum tut mir alles weh Schon wieder Das habt ihr doch schon Ja okay Dann machen wir das weg Imman kann das wegmachen Genau Imman muss das wegmachen So Ja Das habe ich auch schon gehabt Auch weg Auch weg Ja Was sagen Was sagen Rufus und imman Immer Wenn sie Wenn sie deutlich führen Ich habe es Ich habe es Ich habe es So liebe Freunde Die Der Imman und der Rufus Die denken ja Sie sind hier die besten Spieler Und jetzt werden sie ja Gleich mal zeigen Was sie denn immer sagen Aber mitspielen kann ich Wahrscheinlich nicht Computer macht Update Wow Oh Lange noch nicht mehr gestartet Oder was Das ist bitter Ach was Was nehme ich Ja Schreibe ich Nehme ich eine Karte Wir können auch mal nur Blanks spielen Aber das ist Das ist Das dauert ein bisschen zu lang Und du willst ja Manchmal ja nicht Was du nehmen sollst Ja So Was sagen Rufus und imman Sehr deutlich Wenn sie führen Rufus 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 So Was sagen sie aber immer noch An den Rande gedrängt werden Okay Okay So Aber was sie auch noch sagen ist Das fing jetzt durch Nein Oh Mann Ja Mann ich dachte ich gewinne Da hat das Hashtag gefehlt Hä warum So Der Oscar für Geht an wen Also für was an wen Alter Immer das komplett durch Ja der hat erst zwei Karten gewonnen Aber der lacht die ganze Zeit Das ist geil Bei dem Imman ist das immer geil Der lacht die ganze Zeit Aber gewinnt Rufus 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 dass ich gewinne, ist zu gering. Ja, die ist zu gering. Ich glaube, es ist gar nicht möglich. Doch. Nein, ich kann nur noch dreimal gewinnen und dann bin ich wieder dran und dann habe ich vier und dann hätte im Bestfall auch jeder andere vier. Das heißt, ich kann gar nicht mehr gewinnen. Okay. Ja, dann mach kurz einen Prozess, würde ich sagen. Nein. Wieso immer? Und du kannst doch noch gewinnen. Ja, ich weiß, deswegen. Ach nee, kannst du auch nicht mehr. Wenn du jetzt gewinnst und danach noch mal, dann war es das. Obwohl, nee, dann könntest du ja mich wählen. Ja, alles gut. Und der Oscar für Vergasungspark geht an Prostata-Untersuchung. Kostenloser Eintritt für Juden, Homos und Behinderter, Alter. Und der Oscar für mein Sexleben geht an einen heimlichen Arschkratzer. Und der Oscar für einen Mikropenis geht an Adolf Hitler. Nein! Nein! Nein, schade! Ja, komm rein! Ja. Und damit hat er zum zweiten Mal gewonnen. Das jetzt ist es. Ja. Gut gemacht. Nächste Runde! Jo, du musst draufdrücken. Ich weiß nicht, ob wir alle bereit sind, oder? Ja, kann man machen. Beim ersten Date mache ich die Weiber erstmal mit Punkt, 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 Gefühl gefüge ich und füge es nicht danach. Ich weiß, ich weiß, die letzte Frage hatten wir beim letzten Mal und da habe ich mit meiner Antwort gewonnen. Ja. Das weiß ich noch. Bei mir hängt es zwar gerade jetzt wieder, aber ich habe zumindest schon mal was ausgesucht. Das ist schön. Joa. Jetzt sehe ich das, dass ich was ausgesucht habe. So. Ich habe was gewählt. Beim ersten Date mache ich die Weiber erstmal mit Punkt, 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 Gefühl und füge sie danach dann so richtig durch. Ein klar von der Plus, Sekunde. Ja. Okay. Großes Ankündigung. Großes Ankündigung. Hi. Klapp. Ach Mann. Jawohl. Die Ankündigin von Immerhin, jede Mal. Worauf verzichte ich in der Fastnacht? Alter, wer klopft dort? Ich habe irgendwie eine Handwerkern hier. Ich denke, Mensch, wer kann wir? Hm. So. Worauf verzichte ich in der Fastnacht? Arme, fette, schwule, schwarze Juden. Alter. Alter. Auf Angegängungen. Ey. Mutters Teams. Das Teams. Voller Stecker. Das sehen wir. Nein. Das kann doch nicht wahnsinnig. Ich kriege einen richtig guten Vorsprung hier. Oh Gott. Ich habe 99 Probleme, aber hm, ist keins davon. Oh Gott. Alter, das wird auch was gut ist. Ja, das ist auch so klar. Der Rufus, ey. Die Lache, Alter. Sorry. Nee, das geht wohl mit dir. Digga. 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 Das ist doch ein Abo, ey. Bro, Alter. So, ich habe 99 Probleme, aber ein Penis mit einer Sperma. Alter, Spermaallergie. Spermaallergie. Ja. Ja, nicht Spermaallergie. Spermaallergie. Das ist auch möglich. Ich habe sehr viele Probleme, aber Ecken ist kein Spaß. Ist das ein Herz? So, ich habe sehr viele Probleme, aber Oh Mann, ey. Ja! Das stimmt sogar. Mach das weg, ich glaube, das ist dummisch. Okay. Wenn ich groß bin, möchte ich werden. Was möchte ich werden? Wehe, Harald. Wie lange macht ihr noch? So lange, wie wir Bock haben, würde ich sagen. Das ist momentan richtig klein. Wenn es richtig fällt, könnte das noch lange dauern. Kannst ja den Stream nachgucken, wenn du jetzt nicht gucken willst. Oder dann halt die Videos nachgucken, aus ihrer Sicht. Oder dann, wenn die Videos da sind, alles parallel. das ist auch krank, aber lustig. So, wenn ich groß bin, möchte ich immer werden. Ja, das ist ein Schwierig, du. Wenn ich groß bin, möchte ich Jude werden. Wenn ich groß bin, möchte ich Sex mit zwei Eseln, Elefanten, Giraffen werden. Eindeutig. Ja! Jeder möchte ein immer werden. Was doch Trombinatum immer wenn schlechte ... Was sagt mich immer zu immer wenn ich schlechte ... Du sagst so viele. Komm, nimm das. Flüi, los. Flüi, Flüi. Einen Moment. Ja, der muss erstmal noch überlegen. Er muss noch überlegen. Okay, was sag ich immer wenn jemand schlecht in FIFA spielt? Geben, gegen mich hast du schon das hinter ... Da fehlt also Ja, ist das ... Kleber ... Alter ... Ich finde das so geil. Ja, ich habe das G vergessen. Ich gehe mir schluss. Wenn wir streamen ist ... ... Oh Gott. Oh je. Ach, Mann. Bis jetzt waren bei mir überhaupt noch gar keine Kracher dabei, außer die zweite ich selber geschrieben habe und gewonnen habe. So. Ich bin mal gespannt, ob der Immon den Witz versteht. Ja. Okay. Wenn wir streamen ist ein benutztes Kotomach. Mensch, Mann. Alter. Wenn wir streamen ist Meister Popper ... Alter. Ich hätte doch mal streamen. Wenn wir streamen ist ... ... Harry Potter ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das tut mir so leid, wenn ich jetzt den so beleidigen muss. Weißt du? Nein, du weißt, das ist nicht ernst gemeint alles. Er guckt sich das ja wahrscheinlich eh. Ja, so weit guckt er sich das an. So, CMS Dynamo ist ... ... ... ... ... ... CMS Dynamo ist ... ... Alter. Aber wir sind ja seine Freunde. CMS Dynamo ist ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich hab nichts liebartiges mehr im Deck gehabt. So, was macht mein Vater immer heimlich? Oh Gott. Ist ein Lukas. Alter, Dämon. Geht wieder richtig ab, ey. Einer von uns ist immer üß aus Rast. Ich Bluys, Probinator, jetzt der immer, Alter, komplett am durchdrehen. Ja, das Spiel macht uns fertig. Mein Vater macht heimlich seine Eltern beim Sex erwischen und danach mitmachen. Mein Vater macht heimlich Wahrsager ermorden, um zu zeigen, dass sie nicht alle nicht kommen sollen. Was macht mein Vater heimlich viel? Was? Warum ich? Was? Ich hab noch gar keinen Punkt in der Runde. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Punkt, Punkt, Punkt hineingezogen werden. Punkt ich darf die Karte aussuchen. Vielleicht gefällt dir das. Vielleicht. Es ist eine Schande, dass Kinder Punkt, Punkt, heutzutage in Punkt, Punkt, Punkt hineingezogen werden. In angekennte Kinder. Alter. In VR. Alter. In Schweintenereien. Holy shit. Flue ich schon bei vier, Alter. What the fuck.